2. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 6. 5. Das schwappt! Das geht Dann wollen wir erstmal durchfahren Ja nochmal zurück Was ist hier denn? Gucken wir mal hier Sehen wir haben das jetzt in der Heide noch Was ist da hinten denn? Großes Festival Schwarz steht Kirmes oder sowas Mal gucken hier Ach das ist die Träne Mir ist da groß was los und so Da will ich auch nicht gleich hin Aber erstmal fahr ich mal rum Erstmal fahr ich mal hier hoch Großkirmes Aus Ostenfeld Lassen wir erstmal geradeaus Erstmal den Ortsteil Begucken hier Und dann geht's wieder zurück Und dann geht's wieder zurück Alles voll Aber nur sagen wir haben natürlich einen zentralen Parkplatz Das werden wir ja gleich sehen Das werden wir vorrächtig jetzt parken Schwabfleisch Pfingstruhtag Dann wollen wir uns auch mal hier Vielleicht mal hier mal rein Mal gucken Was hier los ist Schwab steht Hier machen wir erstmal eine kleine Pause Eine kleine Pause Weiter geht's Weiter geht's Erstmal den Ort Wir gucken Ob das hier alles auch ordentlich ist Wir gucken mal ein bisschen rechts rum Hier Natürlich Stau jetzt Natürlich Stau jetzt So Und dann wieder links rum Denk ich mal Richtung Seen Hier ist hier nicht runter Dann müssen wir rein Lassen wir erstmal hier runter Das müssen wir auch sehen Das will auch gezeigt werden Das muss man sehen Das muss man sehen Das wird auch gezeigt werden Hier ist die Umleitung, da wollte ich eigentlich rein, ne, lass mal rein, dann liege ja frei, ich muss ja auch dahin und so. Da komme ich nicht weiter, ne, andersrum. Alles zugeparkt, nützt nix. Na, dann müssen wir umdrehen. Dann drehen wir um. Andersrum, das macht auch nix. Und Pause. Und los geht's. Ja, super. Hier war kein Durchkommen, bisschen wenden. Haben sie nicht so gut gemacht. Für kleine Autos müssen wir da oben längs. Aber sonst hätten wir das hier nicht gesehen. Und wir wollen auch was zeigen. Und wie heißt das überhaupt genau? Auf den Zettel gucken. Schwabstedt. Ja, Schwabstedt ist das hier. So, dann fahre ich hier runter. Bergstraße. Hier geht wohl auch nix. Wir haben einen Wackflug. Da geht's rein. Da geht's rein. Auf jeden Fall. Wir kommen da rein. Ganz sicher. Ja, hier rein. Moment mal. Moin. Moin. Jetzt rechts. Da rauf. Ja, da fahren wir rauf. Danke. Das war alles mal gesehen hier. Hier die ganzen Kleinwagen und sowas. So, das wär's. Okay. Da geht's. Okay. Ah. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier gibt es noch ein Volksfest, den Schwab steht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020